Ich bin im grünen. Ich noch nicht. Ist grün Jocka. Ist grün. Haben sie geduld. Hast gar keine geduld. Ich bin da. Hallo. Ist Raynard. Bist du mal genau so 3-4 Sekunden hinter mir. Ist auch ulkig. Nein, du bist einfach nicht. Ich war einfach schon da, bin aber wieder verrückt und jetzt wieder da. Alles klar. Hier steht so ein fetter Jeep oder sowas. Oder irgendwas was blaues. Ich will es haben. Guck mal hier ist ein Cyborgs gestorben. Oh ja. Scheiß auf die Cyborgs. Das ist neu, ne? Hier waren wir noch gar nicht so straßenmäßig. Oh, wow. Oh. Oh. Ach. Zack. Ja, weißt du was hier? Meine neue. Na ja, du Arschloch. Haut mal ab. Oh, ich muss reloaden. Was ist das denn für Dinger? Den einen habe ich. Oder wir vielmehr. Bam. Good job. Was für ekelige Scheißviecher. Dabei wollte ich nur, dann komm ich ne Truhe offnen. Ne Truhe offnen? Ne Truhe offnen. Ne Truhe offnen. Offenest du keine Truhe an? Wer braucht schon umlaute? Kommen wir da nicht rüber? Ich hab ne Truhe geöffnet. Geduld. Mein junger Paderwaran. Paderwaran? Oh, easy. Man kann hier einfach Paderwaran. Haha. Also hübsch hier. Ich find's hübsch. Ah, du bist schon wieder am fighten. Wieso fängt Kamiko eigentlich immer an zu labern, wenn wir gerade in einem fetten Boss fight sind? Unsichtbar, mein Arsch, du Wichser. Bam. Alter, der wollte nicht sterben hier in den Jahren. Oh, da liegt schon wieder ne Knifte. Ja man. Was haben wir denn diesmal bekommen? Sieht aus wie ein großer Tortilla irgendwie. Ein Tortilla? Was hast du denn eigentlich mit Tortillas in letzter Zeit? Ich weiß. Ich bin vielleicht... Oh, ist die Strong, man. Vielleicht bin ich Mexicana. Oh, in meinem Herzen. Ah, Mexico. Was ist das? Bam. Bam. Alter Schwede. Buss. Hahaha. Jucka, Junge. Was geht? Oh, die sind ja los. Oh, Schande. Schande. Oh, Schande. Oh, Schande. Schande. Ah, ich häng an deiner Autotür fest. Bumm. Buss. Oh, fuck voll daneben. Bam. Oh. Hä? Glaub ich hab daneben gehackt. Kann das sein? Ja, hast du. Weil ich ihm das Ding in die Fresse gekloppt habe. Hahahaha. Wup. Ein Roller. Oh, er brennt. Aua. Hahaha. Oh, Jucka, hier. Deine Lieblingsgegner. Da ganz hinten. Glaubst du, er ist nicht richtig? Auaah. Dunt. Yes. Gold. Wird gekloppt. Wird gekloppt. Gekloppt, ach. Komm her, mach mal auf die Tür. Ich kann das ja wieder mal nicht. Musste mal lernen, Jucka. Was ist mit dir? Hahahaha. Die Klappe. Hurry. Hahahaha. Oh, ein Hasel. Wir sind zu Hause. Oh, scheiße. Hideo, was ist denn hier los? Hideo, was ist passiert? Hahahaha. Die Zillas-Mänen waren stark armiert, aber wir haben sie verletzt. Wahrscheinlich wurde der Master-Smith verletzt. Nein. Nein. Oh. Oh. Da war die Zillas-Mänen. Geh zu ihm, schnell. Er sagt, es ist wichtig. Ich muss gehen und die Entrance stecken. Bleiben, Hideo. Das ist die Idee, Sir. Da steht da so in Monster-Gedärmen, Alter. Alter, das ist voll der Haufen, Mann. Ja, ich gehe jetzt einfach mal dem Weg nach. Der sagt nämlich, wir sollen hier lang. Oh, ja, hier geht's runter. The fuck? Iiii. Alter, wer, der stirbt, ne? Ehrlich gesagt. Wir müssen ihn retten. Unser schwarzer Zen-Meister. Ich mag den voll, der ist cool. Äh, schwarz. Ja, leider, das macht den schon cool. Oh, ja, ey, wir sind bei seiner Schmiede. Was ist mit ihr los? Was geht bei ihr, Alter? I don't... Oh... Hat sie gesopft? Wie... Wie... Wie viel... Wie viel sie geknacht von 1.000 feierenden Knüssen... Wie viel die... Wie viel sie das, was sie dich schon zu bellen hat? Ich glaube schon. Wie viel sie denn bewandert haben? Wie... Guck mal, hier sind die ganzen normalen Leute. Da ist er. Das könnte ein Problem sein. Gut zu sehen, beide von euch. Was hat sich passiert? Kamiko's body, der mutiert wurde, hat sich frei verliebt. Es war... Es war riechtig. Inkoherent. Es kam nach mir, aber... Ich konnte mich nicht zu hauern. Warte, ich habe ihn geklagt? Ich versuche nicht zu移ern. Ich werde Hilfe bekommen. Die Yakuza muss etwas haben. Oh nein, bitte lass ihn nicht mutieren, Alter. The cure is complete. Fetch me the flask from the... From the library. Schnell, Yucca. Schnell. Wir müssen ihn retten. Was ist das denn? Ich habe die Pulle. Wo ist die Waffe? Da. Oh, lol. Was ist das denn, Mann? Das ist King Skeleton. Du bist King Skeleton. Ja, ich weiß. Das ist wahr. Es tut mir leid. Das war mein Geheimnis. So schnell, zurück jetzt. Go. Bin ja schon da, Mann. Gassel. Hahaha. Ich bin ja schon da, Mann. Das ist ein auspiciouser Moment. Ich habe meine finalen Meditation. Lass mich mit ihm sprechen. Was müssen wir mit dem Flasch tun? Schau es sicher, bis du eine Möglichkeit hast, die es an Kamikos Körper zu vermitteln. Es wird sie heilen. Dann braucht ihr einen Chi-Bender, um die Heil-Bindung zu vermitteln. Hahaha. Hahaha. Ritual. Ich muss ihn mit ihm sprechen. Ich bin ein Chi-Bender. Du kannst ihn nicht auf sich selbst performieren. Ich glaube, ich werde blind sein. Deine Züge wird durchführen und werden ein Wiss, ein Drift in der Äther. Ich glaube, du würdest es nicht. Oh, du sagst, wie... Will du mich sprechen? Okay, okay. Smith, Kamiko will mit dir sprechen. Ich bin wirklich nicht sicher, wie das geht. Smith? Whoa, like that, I guess. Yes, child. You can't die. I'm afraid you are mistaken. You showed me I was worth something. And that I could fight to become something more. I only saw what was already there. It is a rare occurrence when one person can truly help another. That is a gift you have given me. What will I do without you? What you would have done with me. Leave here. Become yourself. Save the world, most likely. Do not shrink from greatness, child. Breathe into it. Become it. You need not find your path. It has been beneath your feet all the time. Now, to the amulet. A spirit, Will. But, wait. There is no more waiting for me. In this way, I can remain on your path a few moments longer. I will always love you. And I you, my child. As for you, Lo Wang. Yeah. Look after my students, if you can. Easy on the dick jokes, okay? No. No. Oh, no. I hope I have the strength to go out like that when my time comes. You. You jerk. Me? What did I do? He wasted his last words on you. I prefer to think that he spent them on me. If you ever make another dick joke, I will kill you. You can have my dick jokes when you pry them from my cold, dead Wang. Oh, I will never talk to you again. Finally. Alter, so viele Emotionen habe ich echt nicht in so einem Spiel erwartet, ehrlich jetzt mal. Okay. Dann nehme ich dazu, Leute zu... What the fuck. Oh. Oh, ich habe sie gefunden. No. Sie hat gute Gebeine, Alter. What the shit. Woo. Woo. I'm working kalt übrigens. Wo. Wo. Wohin. Woo. Oh. Scheiße. Oh nein. Oh. Oh, du Scheiße, Mann. Oh. 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 Okay, die ist ganz schön stark. Ach du Scheiße. Woooo. Oh. 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 Boah. Boah. Alter, hätte viel aus, Mann. Ja. Oh. Oh, nö, Alter. Mach das mal tot jetzt, das Alien-Ding. Oh. Huh. Bam. Bam. Jetzt stirbt doch halt endlich. Ja. Schatten-Zorn. Was ist das denn? Das ist Chat bei mir. Ich greif sie voll ab, Alter. Wow. Oh, Alter. Z soll ich drücken. Das ist bei mir Chat. Das ist gar nicht so krass, dass ich gegen ihn feiten soll. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, ich nehme echt gar was für Kettenwilder. Wow. Im Ernst? Wirst du an das Vieh rangehen? Ich bin die ganze Zeit schon mit dem Weg dran. Sterb! Oh mein Gott, es will nicht sterben, Jukka. Oh, fuck, Alter. Ich hab's vorhin nicht drauf, diese Dinge auszuweiten. Oh, Bogen, Junge, Bogen. Ja, das war's, das war's. Ja. Bogen ist drin, ja. Oh. Oh. Oh, ne. Oh, ne. Ich hoffe, es gibt keine Striderfahrze, Mann. Oh. Oh, what? Is that you? What you see is but a reflection. I am in my temple. Hey, listen, I'd love to catch up, but I kind of have the entire world up my ass right now. Can we, um... Come. Take refuge with us. We will sucker you. Excuse me? It is the least I can do for my brother's dear companion. Actually, that sounds pretty good right about now. It is settled then. Look for me between my mountains. In the valley where the sun does not shine. Farewell for now. Do you know what? I knew she was an idiot from the papers, but that gave me full-body douche chills. You don't have a body. Details? She's a freak. And she was hitting on you. So, we have a little history. I don't see what choice we have. She's offering us refuge. She's offering us a one-way ticket to Creeperville. Good thing you're not driving. Okay. Up into the portal, Yuga. Run! Oh, I had the fucking pizza. Suck! påHeat, na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.